Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute einen weiteren Muskel, den ich euch vorstellen möchte und zwar der Musculus Brachialis. Das ist ein weiterer Beuger im Arm, im Ellbogengelenk und den stelle ich dir heute mal genauer vor. Und zwar der entspringt hier einmal wieder am Humerus, also am Oberarm, ja, hier, Right Humerus und der Right Brachialis hier und der zieht zur Elle hin, hier auf Latein Ulna und ja, das war es eigentlich schon vom Ansatz und Ursprung, also das ist jetzt nicht gerade so schwer. Aber die Funktion ist doch mal um einiges interessanter und zwar, das ist jetzt der stärkste Beuger im Ellbogengelenk. Du sagst jetzt, was, der stärkste Beuger, das ist doch der Bizeps Brachii, der ist doch viel, viel größer, der Muskel und das Ganze schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar der Bizeps Brachii, wenn wir das jetzt mal hier an der anderen Seite betrachten, muss ich mal kurz rüber gehen hier. So, der Bizeps Brachii, der ist hier, ja, Bizeps Brachii, hier langer und kurzer Kopf und darunter liegt eben der Brachialis. So, und die Kraftübertragung, das ist jetzt eben das, was entscheidend ist, die Kraftübertragung ist beim Bizeps Brachii nicht so stark, weil er eben über zwei Gelenke wirkt. Das heißt, hier langer und kurzer Kopf wirkt nur noch bei der Art und Abduktion mit, sie wirkt nur noch, oder der Bizeps wirkt auch noch bei der Supination mit, ja. Und die Kraftübertragung hier vom Brachialis ist halt viel, viel besser, weil er eben hier an der Elle ansetzt und dann hier gleich im Oberarm und dadurch nicht über zwei Gelenke wirkt und so eben der Brachialis viel, viel besser hier nach oben ziehen kann, ja, als jetzt der Bizeps, der hier oben irgendwo ist. Ja, und dann, der Brachialis kann hier quasi eine größere Kraft quasi entfalten und bewirken auf den Unterarm. Des Weiteren beugt der Brachialis auch bei Pronation und Supination, beim Bizeps ist es so, beim Bizeps Brachii, dass er eben hauptsächlich bei der Supination, wenn die Hand in Supinationsstellung ist, dass er eben da hauptsächlich den Arm beugt, aber der Brachialis eben auch bei proniertem Handgriff, also der Handrücken ist oben zum Beispiel, wenn wir eine Lagenhantel oder eine Handhantel halt halten. Und was jetzt hier auch noch interessant ist, in welchem Winkel, also von welchem Bereich der Brachialis am meisten trainiert wird, ja, und da er jetzt eben hier eben schon an der Mitte des Oberarmes eben ansetzt, ist eben verstärkt der Bereich von der ganzen Streckung bis ungefähr an 90 Grad, da ist der Brachialis eben stark dabei und das brauchen wir später wieder, wenn wir eine Übung für den Brachialis machen. Das heißt, wenn der Arm jetzt hier zum Beispiel hier runterhängen würde bis in die 90 Grad Stellung, da ist eben der Brachialis am besten mit dabei, weil da nähern sich halt Ansatz und Ursprung eben am meisten an und da kann der Brachialis am meisten kontrahieren. Das heißt, diesen Bereich müssen wir verstärkt trainieren, also von 0 Grad bis 90 Grad, damit wir eben den Brachialis trainieren können. Und das brauchen wir jetzt eben bei den Langhandelübungen. So, ich habe ja gerade schon erklärt, dass der Brachialis eben in diesem Teil der Bewegung von 0 bis 90 Grad die meiste Arbeit verrichten muss. Das Ganze kann man aber noch leicht optimieren und zwar so circa in dem Bereich von 0 bis 30 Grad muss ja der Brachialis noch gar nicht so viel arbeiten, weil eben die Schwerkraft noch nach unten zieht und ja, der Winkel des Armes einfach noch nicht so hoch ist, dass der Brachialis viel arbeiten muss. Und das Ganze ändert sich jetzt extrem, wenn wir jetzt hier so eine Scott Curl Bank benutzen. Denn hier hat der Brachialis schon in der 0 Grad Stellung, muss er schon Haltearbeit verrichten, damit der Arm nicht nach unten knickt. Wenn wir das vergleichen mit der anderen Stellung, wenn wir ganz normal stehen, muss ja der Brachialis in der 0 Grad Stellung überhaupt noch keine Arbeit verrichten, weil der Arm ja einfach nur nach unten hängt. Und deswegen können wir eben diesen Bereich von 0 bis 90 Grad von der Armbeugung hier mit so einer Scott Curl Bank eben effektiv trainieren und trainieren halt damit gestärkt den Brachialis. So und wie ich auch gerade schon erklärt habe, ist jetzt der Brachialis verstärkt bei einem Bizeps Curl mit einem pronierten Handgriff dabei, weil der Bizeps Brachie eben nicht so gut arbeiten kann. Der Bizeps Brachie arbeitet besser, wenn die Hand supiniert ist, also wenn die Handfläche nach oben steht und eben der Brachialis arbeitet besser, wenn die Handfläche nach oben ist, also in pronierter Handstellung. Und damit können wir eben auch ein Bizeps Curl durchführen und den Brachialis schön stark mit Bahnspruch. Und der Brachioradialis ist natürlich bei einem Pronations Curl auch noch stark mit dabei. Was vielleicht auch noch kurz erwähnt werden sollte, ist, dass es hier keinen Sinn macht, eine Brachialis Dehnübung vorzuzeigen. Denn wenn der Ellbogen schon komplett gestreckt ist, ist der Brachialis ja bereits in seiner kompletten Dehnung. Und weiter können wir den Ellbogen nicht strecken und deswegen können wir den Bizeps oder den Brachialis auch nicht weiter dehnen. Deswegen hier keine Dehnungsübung. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, lass mir nochmal bitte einen Like da und abonniere auf jeden Fall den Kanal, um nicht noch weitere Videos zu verpassen. Und wenn du noch mehr wissen möchtest über die Muskeln, über Ansatz, Ursprung, Funktionen, habe ich dir einen kostenlosen Muskelkatalog auf meiner Webseite zur Verfügung gestellt. Da habe ich dir alle 15 relevanten Muskeln der B-Lizenz zusammengefasst und dir nochmal alles dafür aufgeschrieben, was du dafür wissen musst. Und ja, den kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite herunterladen. Ich freue mich schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns bis gleich. Karriere als Fitnesstrainer und ciao.